Alter, schaut euch mal den Antrag bei diesen Vending Machines an. Ein Euro die Flasche Wasser, da kommen die Leute und holen sich was. Schönes, großes Board. Da ist was los. Ah, das ist eine Cash Machine. Da braucht man schon drei Automaten damit, dass sich richtig low rentiert hier beim Vending Business. Wir fliegen wieder zurück nach Deutschland. Sieht ein bisschen verschlafen aus. Das ist auch in der Früh. Also, bleibt dran.